Willkommen bei Eiergott, Kilian Meme folgen 4 viel Spaß mit dem Video kleiner als 3. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Wenn man früher in der Schule gemobbt wurde und jetzt erfahren hat, dass die Mobber als Straßenreiniger arbeiten müssen. Da Kilian gerade SMM2 streamt, fand ich es einfach nur passend xD. Wenn ich Kilian mein Sandsturm Level einsende. Wenn ich wen sehe, der Nutella mit Butter auf einem Brot is. Als Kilian Challenge Accepted gesagt hat. Wenn Bernd das Brot den Kiliens Kanal übernommen hat. Wenn er auf der Suche nach Shiny Rates ist, um sie zu hosten. Ich weiß nicht, was der Kilian so eine Zahl hat auf sein erstes Video. Na wen haben wir denn da? Oh. See you soon. Goodbye. Bye. 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 Vielen Dank.